Ja grüßt euch willkommen Leute hier ist mir euer Donner und weiter geht es mit den Ford Mustang und zwar der 66 Ja genau und zwar gucken wir uns natürlich wieder die Ausgabe an, dann die Teile und dann schauen wir wieder was wir bauen können Es ist ein kleines Tütchen wieder dabei also ein bisschen was können wir bestimmt machen und dann hoffe ich dass das soweit passt Wenn es euch das Video gefällt dann gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht und ich würde sagen los geht's und viel Spaß gewünscht So die Ausgabe 66 schauen wir rein, auf der linken Seite ist natürlich das Inhaltsverzeichnis, auf der rechten Seite geht es weiter mit der Shelby Story und zwar der Mustang als Pace Car So das wird ein bisschen was beschrieben, dann geht es weiter mit dem Muscle Cars und zwar Lexus RC-F Da wird natürlich wieder komplett auseinander genommen, hier seht ihr das Interieur und natürlich auf der folgenden Seite den Motor und die technischen Daten in tabellarischer Form So weiter geht es mit dem amerikanischen Traum und zwar der Urn-Rod-Clan in der Nescar Die kenne ich natürlich nicht, keine Ahnung, kann man sich aber hier belesen, auch wieder schöne Bilder mit dabei, naja wie immer halt So, Bauanleitung, Seitenwände, Körperraum, Wagenheber und Sicherungsmotor für das Ersatzrad sind diesmal am Start Und ich hoffe wir können ein bisschen was schrauben Ja und ein paar Seiten Schritt für Schritt, Bauanleitung sind auf jeden Fall mit dabei und wir werden sehen, wie wir das dann so gestalten werden So und auf der letzten Seite seht ihr nochmal, was in dieser Ausgabe ist und was in der nächsten Ausgabe kommen wird So, jetzt gucken wir mal in das Packchen mit den Teilen hinein So und hier haben wir es Tübchen weg Also hier haben wir den Werkenheber Dann haben wir hier die zwei Seitenwände, rechts und links Auch aus Kunststoff, also das ist auch aus Kunststoff hier Dann haben wir hier, jetzt muss ich gucken, wie das Teil heißt Vorbereitung ist alles Sicherungsmotor, Ersatzrad Die ist aber auch aus Kunststoff, meine Meinung nach Ich möchte mal hier aufschneiden Schauen wir mal das rein Ja ja, das ist auch aus Kunststoff, das ist bloß in Silber Ja, silberes Bauteil Gut, und dann haben wir noch MP03 Zwei Schräubchen, wo wir wahrscheinlich bloß eine brauchen So, wie gehen wir jetzt vor Wir haben hier, letzte Ausgabe, hier diese Rückweiterhallen Und da klipsen wir eigentlich ganz einfach die Seitenwände Hier an die vorhandenen Seiten an, da sind hier wie so kleine Klipser dran Hier sind die Löcher dafür Und dann wird das hier ran geklipst Ich will jetzt mal gucken Welche Seite hier außen ist Steht das irgendwo drauf, rechts, links Nö Okay, also das mit diesem Teil, hier mit diesem Teil halt noch außen Dann machen wir das mal So, ich höre mal, dass die Klipser nicht abbrechen werden Das wäre nicht so gut So, eins Und hier Jetzt So, da haben wir schon mal eine Seite dran Also, ihr habt es gehört Es klipst direkt hinten rein So, die zweite Seite machen wir natürlich genauso Also Klipser Klipser Fertig ist die Laube So, dann holen wir uns unser Auto So, dann nehmen wir uns das Teil mal ran Und zwar brauchen wir ja die hintere Seite So Dann nehmen wir mal das Ersatzrad weg Das ist ja bloß drauf gesetzt Dann nehmen wir uns hier dieses Chassis hier Also diese hintere Kofferraumwände Soll ich jetzt mal Und legen die hier hinten so drauf Oder so rein Dass diese Bolzen Jetzt zeigt es mir hier an der Seite Hier diese Bolzen genau in diese Teile passen Also so hier So Dann raufgeklipst Rechts und links Tschak So Ne Passt Ähm Ja Genau Das passt Dann Nehmen wir uns das Ersatzrad So Und dann müsst ihr aufpassen Dann braucht ihr die innere Seite Dann nehmen wir euch den Wagenheber Den setzt ihr hier rein So hier drauf Dann dreht ihr das Teil rum Zack Und macht hier von oben eine MP03 Schraube rein So So Dann müssen wir auch einen Schraubendreher nehmen Weil der passt nicht richtig Nehmen wir den hier Nehmen wir den hier Nehmen wir den hier So Also wenn oben hier wird es leicht festgezogen Also Ihr schreibt ins Kutzstoff Auf Ne So dann hält es hier Dann Dann Habt ihr hier diesen Sicherungshalter Der Der wird einfach bloß drauf geklipst So 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 Ne Und das ganze Gerät Kommt dann Kommt dann Mit diesen Bolzen hier Hier ist ein Bolzen dran Dann wird es dann Hier drauf gesetzt Nein Ist das richtig Hier drauf Ah ja Hier drauf wird es gesetzt So Mal gucken Mehr ist es nicht Ich weiß nicht ob das halt In den einen der nächsten Ausgaben noch von unten Verschraubt wird Hm Werden wir sehen Ne Aber wie gesagt Leute Mehr ist es nicht Die eine Schraube haben wir wieder über So Ok Ja Liebe Leute War es schon wieder Ne Ein bisschen was konnte man zumindest machen Auch wenn es nicht viel war Aber ähm Der Mustang wächst trotzdem Und gedeiht Muss ich mal wirklich dazu sagen So Ist jetzt auch schon die Ausgabe Ähm 66 Also die ist ja schon vorbei Gut Ähm Ich hoffe dass wir dann nächste Seite Bisschen was mehr machen können Aber es sind auch glaube ich Plus drei oder vier Teile immer dabei Wir werden es sehen Die 67 folgt dann Ähm Und ja Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat Gibt einen Daumen oben ein Abo Wäre nicht schlecht Und ja Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare Ne Vielleicht seid ihr ja schon viel viel weiter als ich Und ja Alles klar Leute Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und ja Ciao